Ich habe mich jetzt lange nicht mehr gemeldet, denn ich hatte gerade Schule gehabt und ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und jetzt ist 14.20 Uhr oder so und ich will jetzt schon was ich heute noch machen werde, wahrscheinlich nicht viel, also der Vlog wird jetzt nicht so spannend sein, aber mal sehen, was ich noch machen werde, vielleicht mache ich irgendwas cooles. So, das ging jetzt schnell, ich weiß jetzt schon, was ich heute machen werde, und zwar schlafe ich bei meiner Schwester und ich war jetzt auch schon los und war jetzt zu ihr. Es ist gerade ein Amazon-Paket angekommen und zwar habe ich ganz viele Sticker gestellt und da habe ich schon welcher auch mein Laptoport gekriegt und auch mein Snowboard, weil das ist etwas besser, denn ich gehe mit der Schule aus. Ich gehe mit der Schule geworden, einmal in der Woche und ja, da habe ich sowas in der Masse, ich habe mir ausgesucht und natürlich auch YouTube und Vans und ja. Ich musste mich auch schon von, ja, wollte ich schon vor 20 Minuten bekommen, aber ich muss mich jetzt noch anziehen und meine Sachen packen. Also sehen wir uns gut aus. Gestern Abend ist eine Jacke angekommen, was ich bestellt habe und die gefällt mir wirklich eh, aber die ist ein bisschen zu groß, aber das macht nichts. Die wollte ich nämlich zum Snowboarden anziehen und die habe ich von Amazon bestellt, jetzt überwilligte. Die wollte ich von Amazon bestellen und die ist von, ich weiß jetzt nicht, wie man die Marke nennt. Ich glaube, Dickies, Dickies, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, ja, kann sie mal euch ins Spiegel. So sieht die Jacke aus, das sieht so schnell und man, die hat halt keinen Zifferschluss, also die muss man anziehen wie ein Pullover, die hat halt nur da einen. Und weiter kann man es dort machen. Also es ist schon der nächste Tag jetzt. Ich habe gestern nicht mehr so viel gefilmt, weil nichts Spannendes war und jetzt gehe ich zu Action, der ist auch schon hinter mir und da werde ich schauen, was ich kaufen werde. Also ich bin jetzt wieder zurück von Action und ich habe sehr viele Masken gekocht, das war noch nicht alles. Ich kann euch das dann alles zu Hause zeigen, wenn ich angekommen bin, aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause und ich habe auch sehr viel Schleim gekocht und so unnötiges Zeug. Aber ich habe 13,50 Euro oder so gezahlt und das ist eigentlich billig, weil ich habe mindestens sieben Masken. Schon alleine in dieser einen Maske sind fünf Stück drin und das hat 50 Cent kostet, also das ist echt krass. Also ich war jetzt bei Le Burger, habe mir Chili Cheese Fries bestellt und das schmeckt eigentlich auch ganz lecker. Und ich weiß schon, was ich heute Abend mache und zwar gehe ich zu einem Bergherlaub. Vielleicht wisst ihr nicht, was es ist und zwar ist es eben Österreich, so eine Tradition, wo Menschen verkleidet so herumlaufen. Ich glaube, ich kann euch mal da was einblenden. Es ist ziemlich lustig und gruselig und cool und ja, das seht ihr dann eh am Abend, was das so genau ist. Und ja, jetzt fahren wir auch schon nach Hause. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Wundert euch nicht, warum ich noch immer die Haare auf habe. Meine Haare schauen sonst blöd aus. Jedenfalls habe ich bei Action Schleims und Masken gekocht, aber ich werde euch jetzt nicht die Schleims zeigen, weil es eh keiner interessiert. Und ja, also ich habe einmal diese Peel-off-Maske gekauft. Da sind fünf Stück drinnen und das Besondere daran ist, es ist eine goldene Peel-off-Maske. Das sind fünf Stück. So, dann habe ich das gekauft. Das ist so eine Clay Refresh-Maske. Und zwar ist es so eine matte Maske, also das soll das Haut, das Haut, Bild, matt machen. Und das ist das Einzige, was am teuersten war. Und das hat 1,99 Euro gekostet. Trotzdem ist es sehr billig, denn es schaut sehr hochwertig aus. Es nehme ich ihn in so einer Glasverpackung. Und es riecht auch ziemlich gut. Ich habe nämlich vorher schon daran gerochen. Das können wir auch testen, die Augenmasse. Und das wird gleich mein Gesicht reinigen. Das können wir noch den Spann testen. Also wir testen jetzt mal die Maske. Das ist jetzt als erstes die Augenmaske. Und ich öffne es mal. Eigentlich hätte ich ja gedacht, das ist mit dieser Spitze. Aber das sind irgendwie nur solche Teile. Und das ist irgendwie eingeschweißt. So. Ups. Oh, es ist spitze. Ihhh. Das will sich klitschig an. Das klitscht mir weg. Okay, wie soll man das jetzt machen? So? Oder? Hallo? Ich glaube so. Oder andersrum. Okay, du mir mal das andere rauf. Dann sehen wir es. Wie das gehört. Aua. Es rutscht mir weg. Ich bin gerade sehr wohl. Denn. Wie verzieht das denn rauf? So. Oder? Also, jetzt kommt die Lippenmaske. Jetzt kann ich gleich nicht mehr reden. Also, muss ich jetzt nicht so einen Unterschied. Meine Lippen sind irgendwie... Fühlen sich gleich an wie vorher. Aber, da unter fühle ich mich ein bisschen frischer. Also, ich habe jetzt die Gesichtsmuske aufgetragen. Ich bin jetzt gold. Also, eine halbe Stunde später. Diese Maske trocknet mich schärf. Also, meine Wangen sind noch... Ähm... Nass. Aber, da kann das eigentlich schon. Das geht schon so. Aber, irgendwie ist meine Wangen urkalt. Und, das geht dann auch so. Ja. Jedenfalls fangen wir mal oben an, das abzuziehen. Und jetzt werde ich das abwaschen. Und dann muss ich eigentlich schon losfahren zu diesem Berchenlauf, was ich gesagt habe. Weil, das fängt auch dann schon bald an. Und dann treffe ich mich noch mit Freunden. Und dann sage ich bis gleich. Also, es ist mittlerweile schon dunkel geworden. Und ich fahre jetzt zu dem Berchenlauf und treffe mich mit Freunden. Und ich gehe aber noch vorher zu dm, weil ich noch ein Adventskalender brauche. Da ist gerade auf der Straße sehr laute Musik und alle schaken gerade ab. Ja. Ich glaube, ich wirklich nicht weiß, was Christmas ist all about. Das ist nicht frohstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also ist es kein Problem, aber vorher gehe ich noch baden, weil ich liebe baden. Und mir ist eiskalt, weil ich bin ganz set in der Kälte gestanden. Und ja. So, ich bin jetzt vom Baden zurück. Und meine Haare sind nass und ich schaue blöd aus. Aber wir werden jetzt dieses Peel-off-Masken-Ding ausprobieren. Und zwar habe ich das schon ausgepackt. Da sind zwei von diesen Säckchen drinnen. Man muss es aufschneiden und dann seine Füße hineingeben. Gut. Äh. Hä? Ich kapier's nicht. Okay. Da ist irgendwie noch sowas drinnen. Ich glaube, da muss ich die Füße rein tun. Okay. Ich tue jetzt mal einfach die Füße rein. Ich kann es euch mal zeigen, wie das aussieht. So schaut es mit Socken an. Und so schaut es so aus. Und es schaut echt ekelhaft aus. Und fühlt sich auch... Also ich wollte noch sagen, gesund kann es jetzt nicht sein für die Füße. Aber ich würde auch jetzt sagen, der Vlog ist jetzt besser. Denn morgen kommt wieder ein neuer Vlog. Und sonst dauert der Vlog noch zu lange. Und morgen kann ich euch dann noch ein Review dazu geben. Wie meine Füße sich jetzt anfühlen. Und so. Und vergisst nicht zu abonnieren. Teilt meine Videos. Aktiviert die Glocke. Und schreibt was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann bis bald. Ciao. Ciao.